Als heute Nacht der Mond, dieser stille Nachtwanderer, seine gewohnte Bahn wandelt, überzieht sein rundes Vollmondgesicht ein erstauntes Lächeln. Was er durch das erleuchtete Fenster der Waldmausfamilie Knabberzahn sieht, ist allerliebst. Der Mäuserich, Amadeus Knabberzahn, steht selig lächelnd neben dem Bett seiner Frau Mimi, die ihm vier süße Mäusebabys, zwei Mädchen und zwei Knaben geschenkt hat. Der Wichteldoktor stand der guten Frau Knabberzahn in dieser schweren Stunde als Geburtshelfer bei.